Hallo, ich habe die letzten zwei Tage mit der Organisation Walking in Water verbracht. Sie bieten an Stand Up Paddling, Surfing Kurse, die wir gestern gemacht haben, was auch unheimlich Spaß gemacht hat. Zudem bieten die auch an mit dem Speedboard rumzufahren. Wir haben uns hinten sozusagen drangehangen mit den Bodyboards und wurden von dem gezogen. Wir waren über 100 kmh schnell. Es war eine richtig tolle Erfahrung, vor allem auch so schnell im Wasser unterwegs zu sein. Was ich auch schön fand, dass es auch so familiär war und dass er sich auch so gut um uns gekümmert hat. Das war eine sehr schöne Erfahrung, die ich wirklich jedem weiterempfehlen würde.